Ja, hallo Freesburg und Bielefelder Leute, ich bin hier bei Theresa heute am Bach 17. Ihr wisst ja, am Samstag könnt ihr noch kommen, es ist nicht geschlossen und Theresa hat eine Bitte an euch. Ja, Esther mache ich vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Das ist natürlich nicht so, ich brauche noch mehr. Heute Abend bei WDR 19.30 Uhr kann das alles in die Berichtung im Fenster gucken und dann, wenn geht das bitte noch mehr unterschreiben, meine Petition zum Bürgermeister, so ich hier einfach weiter meine Lade führen kann. Das ist sehr, sehr nett. Dankeschön. Unterschreibt die Petition und ihr hilft damit. Bis Sonntag brauchen wir noch mehr Stimmen. Danke nochmal. Und nochmal eine Bitte, am Samstag ist noch nicht mein letzter Abend, wo ich hier arbeiten und wo ich hier meine Lade führen will. Noch nicht, bitte. Danke.